Was machst du da? Wir machen gleich Wunentour. Das muss schön aussehen. Ich kann nicht so präsentieren. Ja, aber danach mache ich es wieder. Das ist mir egal. Aber es muss erst mal schön aussehen. Komm rein. Oh, babe. Wie fake sind wir, Digga. Mach mal die Tür wirklich zu. Okay, soll ich hochkommen? Ja. Willst du die Wohnung sehen oder nicht? Oh, das hat hier niemand gesehen. Warte, wir fangen erst mal sofort an. Und zwar, das ist kaputt. Das ist nicht kaputt. Sei ehrlich. Vati hat es einmal nicht hinbekommen, es richtig zu machen. Hi, herzlich willkommen zu unserer lang ersehnten Roomtour, ihr Lieben. Kommt rein, ein trautes Heim. Schock muss sein. Erst mal kommen wir hier zu unserem Wohn-, Küch- und Essbereich. So, hier, ne, ich natürlich am Kochen und so mitfangen, dies, das. Kurze Frage, kurze Frage. Ja. Was ist, wenn es Barcelona-Fans gibt in deiner Fanbase? Dann müssen die heute... Nein, umziehen. Nee, umziehen. Nee, umziehen. Nee, babe. Habe ich jetzt keine Mappen. Los. Nein. Nein. Das wird eh schmutzig, wenn ich gleich koche und so. Ich mache nicht weiter. So, jetzt hier mit deinem anderen Oberteil geht es weiter und weg. So, Kochbereich habt ihr gesehen. Hier kommen wir wirklich zu den absoluten schönsten Stühlen, Alter. Wie geil sind die? Die sind von D-Life. Ich werde euch sowieso in die Beschreibung nochmal alles packen, woher wirklich jeder fit, äh, woher sogar dieses Lebertuch ist, damit ihr es nachshoppen könnt. Die sind so gemütlich, Alter. Guck mal, da kann man auch so ein bisschen wippen. Jetzt mal so, na, auch mal grooved und vielleicht einen neuen Song oder so entwickelt. Ne, man weiß nie. Ja, kreative Köpfe sind so. Ey, Leute, und ich habe so geile Sachen bei Metallbude gefunden. Zum Beispiel das hier. Das sieht so viel schöner aus. Wir haben ein Spülmittel. Hier hat so ein Handtuch, kann man drüber hängen. Man kann hier auch noch so ein, hier, so ein Schwamm, ne. Wenn ihr fertig seid mit Waschen, dann packt ihr den hier so hin. Ey, das finde ich richtig schön. So, dann haben wir hier unser wunderschönes, schokobraunes Sofa. Das ist von Loxano. Ey, die haben so geile Sachen. Ihr könnt das Ganze nach Größe, also so ein modulares Sofa. Ihr könnt Größe, Farbe, Material, alles selbst bestimmen. Und ich sage euch ehrlich, ne, die Ecke, man denkt, das ist die gemütlichste Ecke. Aber hier sitzen Fatih und ich wirklich nie. Wir teilen uns wirklich immer diesen Bereich hier zusammen. Wir machen auch immer, komm, lass mal nachmachen, wie wir machen. Oh, babe, ich merke doch, dass du hier rüber willst. Nein, will ich nicht. Wirklich, ich will nicht. Nein, so ist perfekt. Ich kann mich so anlegen bei dir. Nein, ich will nicht. Ich will nicht in die Ecke. Stopp. Ich möchte nicht in die Ecke. Mann, ich will hier nicht sein. Aber wirklich, wir können wieder tauschen. Alles gut, babe. Willst du sichern? Nein. Ist gemütlich da? Ja. Ja, okay. Und das geht gar nicht, ne? Hier, die hat Fatih extra gekauft. Eigentlich sollen die für sein Bett, sag ich mal, dann eigentlich schon 18 Kippen. Guck mal, wie perfekt die dazu passen. Sonst hättest du dich schon lange weggeworfen. Ja, das stimmt. So, und ey, ich muss, guck mal, das haben wir jetzt Realtalk vorgestern, glaube ich, gemacht. Erstmal nicht wir, sondern Fatih. Du sagst immer sonst, ich hab das und das gemacht. Dann sei auch ehrlich. Okay, das hat Fatih mit seinem Cousin gemacht, der wirklich, dann wirklich super, ey, bitte, wie viel macht diese Ecke aus? Ich hab das, das ist so schlimm, denn man sieht bei Pinterest so viel und denkt so, ich will genau das. Und ich meinte, Fatih, ich will genau das. Ach so, genau, ich wollte nochmal zu den Lobots was sagen, ne? Ich fand's richtig schwer, ein Lobot zu finden, was einfach auch günstig ist, weil ich mir so denke, es ist immer noch ein Lobot. Weißt du, da macht man jetzt nicht viel mit. Das hier ist von Woon, das kann man sich auch selber so zusammenstellen in Farbe und wie lang das sein soll. Preis-Leistungs-Verhältnis ist da richtig top. Ich hab sehr lange gesucht und damit bin ich super happy. Das ist ganz klasse. Ganz erste Sahne. Hallo, Woon, nein, erstmal kommst du her. Wieso? Halt fest. Und zwar haben wir hier unser Samsung-Fernseher, 98 Zoll, mein Fernseher, auf dem Luisa mitschauen darf. Wenn sie mich fragt, ich bin super zufrieden. Ich kann nur Samsung sagen, ich hab was sehr Geiles entwickelt und weiter so. Schade, dass wir keinen Rabattcode bekommen haben. Genau, da bin ich immer noch ein bisschen gekränkt, aber das ist okay. Ist okay. Hast du eigentlich diese 1000 Euro wieder, Dings hast du auch nicht beantragt, ne? Nee, Cashback war auch richtig schwer zurückzuholen. Sag ich euch, wie es ist. Jetzt, und ich möchte euch vorwarnen, denn jeder sagt es zu mir so, das ist aber echt dunkel. Deswegen Vorsicht, das Badezimmer ist dunkel. Kommt herein ins Badezimmer. Hier, ach so, ich zeig euch mal tolle Sachen. Also ich sag wirklich, ich werde alles verlinken, woher ich was habe, aber ich werde es jetzt nicht die ganze Zeit sagen. Das hier ist so ein Schrapper, damit kann man, ne? Wow, das wusste ich gar nicht. Ich weiß, deswegen sagen, kann man wirklich bis nach unten hin wegkommen. Wow. Und, pass auf, hier kannst du das auch benutzen. Ne? Ja, doch, doch. Das ist tatsächlich da. Auf Fliesen sogar? Genau. Und die hier sind übrigens auch von Metallbude. Das sind auch so eine Dinger zum Kleben. Also die haben wir nicht angebohrt. Und ey, wie schön ist bitte die Farbe. Es gibt so ganz viel in diesem Kaschmir. Und ich finde, das sind auch mal so richtige Hingucker in unserem Badezimmer. Und wir haben eine Toilette mit Deckel. Ja, ich weiß. Nein. Ich weiß. Ich habe gedacht, das ist ein UFO oder was? Ja, habe nicht mehr gedacht. Deswegen, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Ja, hier sind wir eigentlich durch. Warte, warte, warte. Einmal noch mal so eine Gesamtaufnahme. Warte, ich gehe mal raus. Nee, kannst du noch mal die Tür ganz zu machen? Weil das Ding dahinter, das ist eine absolute Frechheit. Das muss auch raus. Ey, darf ich euch mal was sagen, ne? Vati, guck mal, das ist doch einfach, seine Sachen hier reinzubringen. Ja. Wisst ihr, wo sein Lieblingsplatz ist? Da oben. Warum auch immer. Was ist da oben? Warum runter, wenn es einfach hier rauf kann? Ja, aber das geht doch auf die Schulter. Nee. So, hast du einfach... Da geht es auf meinen Rücken. Okay, weg da. Let's go. Hier ist der Raum, den jeder Mensch einfach hat. Das ist der Abstell-hässliche-Sachen-einfach-reintun-Raum. Die Jungs werden mich dafür hassen. Wieso? Die Jungs, guckt euch das an. Oh, die PS5 hat Auserriss. Wenn die PS5, wenn es die irgendwann in Beige gibt, können wir gerne darüber reden. Dann kriegt ihr den Platz auf der Wuhne. Total tollen Robot, aber sonst nicht. So, hier ist der Ausgang, den Vati auch gleich benutzen wird. Und dann geht es weiter zu unserem Schlafzimmer. Da, da. Ich krieg das Kotzen, Alter. Ich hab extra Bettbezug heute mal drauf gemacht. Und dieses Sofa ist übrigens auch von Lox... Was? Was? Sofa? Und dieses Bett ist übrigens auch von Loxano. Also da, wo ich auch das Sofa hab. Und ey, ich liebe dieses Bett. Sei mal ehrlich, ist es super gemütlich. Nein, ich muss sagen... Ich liebe dieses Bett. Früher war es so, ich hab's geliebt, im Hotel zu schlafen, weil die Betten immer voll gemütlich waren. Jetzt liebe ich es, nach Hause zu kommen, weil es ist einfach der absolute Mahl. Okay, wie oft hast du im Hotel geschlafen? Jet Set Live, oder? Ja. Okay. Also, ich muss ja sagen, ihr Lieben, ne? Gute Arbeit. Wirklich gute Arbeit. Oh, ich hasse das, diese Kommode. Mann. So, da muss natürlich noch ein bisschen was drauf, ne? Aber da tut Fatih zum Beispiel... Hier ist eigentlich so ein riesen Klamotten weg. Ach so, und hier... Guck mal, was ich hierhin so gepackt hab. Seine 17,3 Kissen, weil, nee. Gut versteckt. Gut versteckt, ne? Ja, damit es optisch hier einfach sitzt. Die kommen gleich aufs Bett. Und das kommt gleich weg. Hey, was hat's hier rein? Hast du den Flur, hast du das hier? Das schöne... Nein, hab ich noch nicht. Das ist auch richtig schön und praktisch, weil hier packe ich alle Tüten rein. Ey, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, ne? Nimm wir uns vor, ey, lass uns die Sachen aus dem Auto, also die Tüten, die wir schon gekauft haben, aus dem Auto mitnehmen, schaffen wir nicht. Deswegen hat sie hier was ordentliches angesammelt. Deswegen hat sie hier was ordentliches angesammelt, aber hier ist es gut verstaut. Dann geht's weiter, also das ist der neuste Mitbewohner, ne? Ne, die Paneele. Die Paneele sind die neuesten, ja, das ist schon fast älter. Ähm, ja, das ist unsere Eingangsbereich Schubladenverstauung. Das hab ich hier auch mit ganz viel Liebe gemacht, weil Papa, das ist ja innen, da dachte ich mir, und ey, bitte, guck mal die, wie süß sind die bitte? Die sind so süß. Dann kommen wir zu unserem Schrank und beachtet bitte nicht, dass der oben steht. Der vom Vati einfach eins aus dem Geburt wurde. Das gehört sich so, dass es schief ist, weil Luisa ist ne Stufe über mir und dann komm ich. Ich hab keine andere Ausrede. Das kauf ich dir an, die kann so bleiben. Hier sind so Jacken drin, ne, und ja, was man sonst noch so braucht. So, guckt euch das immer noch mal kurz an, bitte, guckt mal, wie vernünftig, ne? Und guckt euch das mal an. Jetzt haben wir ehrlich gesagt einfach noch ein Paneele übergehabt, beziehungsweise andere Teile. Aber ganz ehrlich, ich find das richtig Hammer so. So. Ne? Ich liebe das. Dann diese Ecke, das ist meine Lieblingsecke, glaub ich, im, äh, im, ähm, in der Ruhr. Ach, unser Elektriker. Und das, ey, das ist schief. Wie cool ist das bitte, ne? Und ich sag mal so, da ist noch Platz nach oben, ne? Hier kommen wir weiter über unsere Gallerie. Natürlich alles selbst. Warte kurz, willst du auch Spiegel und so alles? Ja, das verlinke ich, aber das war ja die Beschreibung. Ja, sorry, Alter. Mann, ich weiß noch nicht, woher alles ist nun. So, jetzt geht's nach oben. Und hier ist der geliebte Bananenbaum, der natürlich nicht echt ist. Und, babe, fällt dir was auf am Bananenbaum? Ich bin jetzt einfach mal ganz leise. Ich sag nix dazu. Aber fällt dir was auf am Bananenbaum? Ja, der hat seine neue Form. Und zwar... Keine Ahnung, wie man das nennt. Babe, du filmst schon wieder hier hin. Achso. Was ist das? Eine neue Schüssel, oder was? Ja, Müslischüssel. Kannst du auch mal filmen. Neue Müslischüssel für unseren Bananenbaum. So, hier ist unsere süße kleine Wasche-Ecke. Die Vati ja auch noch nie gesehen hat. Hier kann man... Hä? Seit wann haben wir so was? Ja, Wäsche und Trockner. Und... Ist das nicht das Gleiche? Nein, nein, nein. Es sieht aber gleich aus. Nass, trocken, waschen, trocken. Dann haben wir hier noch ein kleines Badezimmer. Endlich auch mit Licht. Ich sag euch ehrlich, ne? Der Elektriker hat ein bisschen verkackt, ne? Und jetzt haben wir so eine tolle Zündschnur. Ja, die ganz toll ist. Hier haben wir unseren kleinen Büro-Bereich, ne? Wenn man mal, ja, so ein bisschen Belege ausfüllen. Einfach auch mal vielleicht ein paar Calls, was man... Fühlst du mich? Ich rede gerade. Ich zeig schon. Hier kann sich meine Pflanzen auf einmal filmen. Hier sitzt man öfter mal und macht so ein bisschen ein paar Sachen. Spaß, ich saß hier echt noch nie. Saß du schon mal jemals auf die... Ja, ich arbeite von hier aus. Ja, ja. Genau, das haben wir gerade. Da oben sind meine Perücken, wie ihr sehen könnt. Weißt du, wie der Druck angeht? Weißt du, wie man den verbindet? Ja. Weißt du, wie alles damit funktioniert? Nein, tust du nicht. Wer hat den Drucker installiert? Wer? Das ist ja gar nicht so installiert. Du musst einfach Stecker reinmachen. So, dann kommen wir weiter in unser Gäste-WC. Gäste-Zimmer, meine ich. Aber WC kann man auch, wenn man möchte. Ihr seht, ich liebe Beige. Ja, und ich sage euch auch ehrlich, mein Haus sieht aus wie jedes andere, was gerade innen ist. Aber ich lieb's, ne? Erzähl mal, wie Mireille hier sich nicht getrottert zu schlafen. Wegen Spinne? Ja, die hat immer ein bisschen Schiss, dass hier Spinnen sind. Die kommt immer so, Lulu, ich geh jetzt hoch, aber kannst du noch mal mitkommen, gucken, ob hier irgendwelche Spinnen sind? Ja. Deswegen haben wir auch den Mega-Turm. Hab ich den kaputt gemacht? Warte, ist es nicht unser. Ist es nicht unser? Hallo, ach so. Und ich hab hier noch einen großen Schrank hingehauen, weil man hat auch einfach so Sachen, die irgendwie Stauraum braucht. Wo man Stauraum braucht, ne? Es hängen so Winterjacken und so ein ganzer Rotz, ne? Ah, ist das auch. Die hab ich gesucht. Nein, das ist nicht meine. Da, die hab ich gesucht. Ja, einfach auch mal gucken. Einfach auch mal die Treppe hochgehen. So, jetzt kommen wir in unser Anteil, wo die Sonne gerade reinscheint. Es ist so schön. Oh, Alter. Warte kurz, ich geh einmal hier rüber. Wow! Ey, wie süß ist das bitte. Ich liebe es, ne? Guck mal, das Ding war, wir haben dieses Zimmer gesehen und ich war so... Wie viele Schrägen und Kanten und Ecken hattest du? Noch mal Shoutout an diesen Architekten, der das gezeichnet hat. Ja, Shoutout. Du bist ein G. Piep. Er hat reingeschissen. Achso, er hat reingeschissen. Ich dachte, krass. Nein, Mann, guck dir das mal an. Das ist nicht irgendwie... 70 Kanten und Falten. Ey, wirklich, das war richtig schwer. Weil hier kann man keinen Schrank entstellen, weil sonst die Tür das abdichtet, ne? Hier... Das ist jetzt dran. Lass ihn bitte weiter reden. Ja. Wo willst du einen Schrank entstellen? Geht halt nicht wegen Tür. Ja, was blieb uns über? Na ja, die Schräge. Und wo willst du... Also, wie? Und da muss man wirklich sagen, Chapeau einfach mal an Tischlerei Kujat aus Schleswig-Holstein. Die haben uns das nämlich hier maßgeschneidert da reingesetzt, ne? Und ich bin mehr als happy und diese Farbe und alles, ich liebe es. Und wisst ihr, dann drückt man hier so und dann geht das so auf und dann guckt man so rein. Und ja, Alter. Das ist stabil. Ja. Dann mach mal Shoutout an Kujat. Shoutout an Kujat. Nein, ich muss wirklich sagen, Janiklas, richtig geile Arbeit. Und das haben die hier auch gemacht, ne? Achso, ja. Das haben die auch gemacht. Ach, da kenn ich das her. Ich glaube, wenn wir irgendwann umziehen sollten und vielleicht... Ich reiß es ab und nimm das mit. Ja, oder wir rufen ihn nochmal an. Na ja, Janiklas, für Tischlerei Kujat, bitte komm mal vorbei. Ähm, so. Dann haben wir eigentlich alles. Jetzt kommen wir zu unserem Highlight, würde ich sagen, oder? Wie würdest du es nennen? Du kommst drauf. Unserer Dachterrasse. Digga, das sind auch die türkischen Latschen, die ich je gesehen habe. Unsere Dachterrasse. Ja, genau. Was soll ich dazu sagen, ne? Hier sitzt man im Sommer. Wie ihr seht, ist kein Sommer mehr, ne? Ist vorbei. Und das ist... Ganz gewagte Farbe nochmal von Lisa. Muss ich auch nochmal an dieser Stelle loswerden. Wirklich krass. Kaffee oder so? Wollt ihr irgendwas? Ja. Ja? Ja. Na gut. Schmeißen wir mal raus. Das ist eine Spülmaschine. Hier kann man, wenn man Sachen gegessen hat oder so, kann man die Sachen direkt... So was habe ich noch nie gesehen. Nee? Das habe ich gesehen. Das ist krass. Ich zeig's dir mal. Ich demonstrier's dir mal. Ja, du nach Fitness. Oh, Bett, guck mal. Ich hab mich durchgezogen. Ne? Machst du den Shake. Ne? Trinkst aus. Was kannst du machen? Jetzt kommt der Knackpunkt. Du machst das auf. Vielleicht sind da noch Reste drin. Spülst das hier rein. Und dann kannst du es einfach hier reintun. Zu. Zu. Waschen. Machst nichts. Und packst wieder in den Trank. Und hier ist meine süße Kaffeemaschine. Wie süß ist die bitte? Mach ich mir ab und zu einen Kaffee? Ab und zu. Der Lange. Nee, die haben... Scheiß auf die. Die ist nicht so sondermäßig. Okay, der Lange. Hey, um das schon mal schreibe, schneide ich dir nicht rein. Das gibt es sonst noch so zu zeigen. Meine Männchen sitzen überall. Das ist so süß, oder? Sag mal ehrlich. Und ich sag euch... Ich raste aus. Warum zweimal in der italienischen Stadt, aber nicht Istanbul. Junge, ich wohne neben Istanbul. Da deine Eltern, da dein Onkel, da dein Bruder. Lass mal ein bisschen Italien in meiner Nähe. Du hast es uns an den Tisch nicht vorgestellt. Der ist auch scheiße. Bist du ungeschrien mit dem? Der hat ein Bein verloren, als er ankam. Ja, das stimmt. Der ist schott. Ah, das ist da, wo du ausgehandelt hast, dass du 60% kriegst? Ja! Ja, ey, ich wollte... Da war ich stolz auf dich. Du bist eine türkische Hausfrau. Wirklich. Ich wollte ihn zurückschicken. Ich meinte so, this is not, oh my goodness, habe ich gesagt. Und die so, oh no, no. We give you 20%. Ich so, 20%. What the fuck, Alter. Das ist ja nicht mit mir. Dann die so, yeah, 35%. Ich so, what the fuck, 35%, ey. My man is 35%. Oh ja, dann kamen die auf 40%. Und ich so, no, no, you have to make something. Ah, they're 60, we gone. Yes, and then they make 60% and I just paid 40$ for this shit. Aber er macht, was er tut. Ich finde ihn voll okay. Weißt du, warum ich ihn sympathisch finde? Na? Weil jedes Mal, wenn du schön deine Beine lang machen kannst, benutze ich ihn sozusagen als mein Affen. Ey, klasse. Das ist gut. Das freut mich. Und ich habe mir ja die letzten Wochen ganz viel Mühe gegeben für so, mach dann sowas. Für dekorative Sachen. Und ja, ich sage euch ehrlich, ich bin auch noch nicht so richtig drin. Obwohl ich das voll mag, so dekorieren und so. Aber ich weiß nicht, ich bin noch so, ja, ich traue mich noch nicht so. Kannst du auch mal so ein bisschen von deiner Küche zeigen, dass auch noch mal Sachen aufgeben, wo deine Teller und so. Mach du noch mal. Du weißt doch, wo die Sachen am besten sind. Mach du mal, ich will mal wissen, wo du bist. Alter, wie schlecht du bist. Wissen Sie was, ein Volk dir. Bitte. Das ist so scheiße von mir. Ey. Hier sind unsere Teller. Was? Was für schöne Aussicht. Komm bitte her und sei leise. Okay. Guckt euch bitte an, was Luisa getan hat. Sonst bin ich ja mal der Blöde. Ja. Nimm das aus. Du machst alles kaputt. Alles. Ja. Alles machst du kaputt. Ja. Was haben wir hier nochmal? Ja. Gar nichts. Doch, den Toaster. Den du nie benutzt, weil du mein Sandwich Maker benutzt, den ich holte, weil du willst einen Toaster haben und den benutzt du nie. So. Was haben wir denn hier noch? Oh, hör mal. Ganz wichtig. Denken wir an dasselbe? Ne, tun wir nicht. Casano! Die sind von Mandy und Oskar. Haben die uns geschenkt zur Einweihung. Und ich schwöre es euch, bevor ich geheiratet habe, hätte ich gedacht, was für ein Scheiß, wer gibt so viel Geld für ein Messer aus? Aber ich sage euch ehrlich, wenn du nachher merkst, was für eine Qualität die haben und du einfach einen Apfel durchschneidest, das wäre schon ein Stück Butter. Ja, muss ich sagen. Ja, ist so. Vati weiß es nicht, aber oft stehe ich auch vorm Bett so und überlege. Ja, und dann gehe ich wieder weg. Oh, das müssen wir auch zeigen. Moment, dreh dich um, dreh dich um. Das sieht eigentlich so schön aus. Hey. Warte, das sieht hässlich aus hier. Das ist scheiße. Aber das ist wunderschön. Das ist Tee. Das ist okay. Und hier meine, mein Gott, ich habe ja, ich habe einen Türken geheiratet. Ich muss natürlich mit Chai, Mai, Thai, mir alles, muss ich mich auskennen. Ja, was haben wir hier sonst noch? Ja, boah, Babe, Alter, das geht gar nicht wahr. Okay, schnell wieder weg. Und das hat uns ein Fan gemalt und Vati hat dafür einen Rahmen gekauft. Guck mal, wie schön. Das ist echt schön. Ich muss echt sagen, das lag neun Monate lang in der Wohnung, weil das Haus nicht fertig geworden ist. Und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, ihr das zu zeigen, wenn es fertig ist. Wann hast du es überhaupt gesehen gehabt? Das hat schon ein bisschen gedacht, ne? Ja. Sind wir schon durch? Ja, hast du noch einen separaten Kellerraum, den ich sehen muss? Doch, dein Teppich. Ja, mein Teppich, den verlinke ich auch. Also ich werde in die Beschreibung packen, zum Beispiel Wohnzimmer. Und dann könnt ihr euch nochmal alles angucken. Dann mache ich Wohnzimmer, Teppich, von da. Lobot, von da. Sofa, von da. Tüche, keine Ahnung, hat mein Schülerfahrer ausgesucht. Von da, ja. Wenn wir zum Beispiel sagen, ey, du hast das und das vergessen zu verlinken, in die Kommentare schreiben, kannst du dann sozusagen das im Nachhinein immer noch reinpacken, ja, ne? Na klar. So machen wir das, das ist ein Deal. Ja. Wir können uns nur das mit Hilfe und so retten. Ja, so ist es auf jeden Fall eine Knalle. Bitte, holt mich hier raus. Nein, das machen wir nicht, dafür kriegen wir Hate. Ja? Ja. Uns hat es sehr gefreut, dass ihr heute hier zu Besuch wart. Ja, wir fühlen uns wohl eigentlich, ne? Ja, also ich fühle mich sehr wohl, wenn du zum Beispiel bei deiner Mama bist, wenn du zum Beispiel zum Sport bist, wenn du nicht. Ja. Dann fühle ich mich sehr wohl. Und sonst ist Anspannung. Nein, ich sage euch ehrlich, ich war, bis wir geheiratet haben, halt immer bei meinen Eltern und ich bin nie ausgezogen, auch als ich studiert habe und ich habe mir gedacht, boah, wie wird es, wenn man zu Hause zusammenlebt, wird es dann immer noch so sein, wie es davor auch war und ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, zurückzugehen, weißt du? So, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, nicht eine eigene Wohnung zu haben, weil es ist so entspannt, es ist so geil. Es ist wirklich heftig. Aber ich würde auch nicht zu früh raus, also das ist meine Meinung, weil erstmals ist arschteuer geworden und... Und weil, wer soll die Spielmaschine einräumen und Dinge machen, ne? Ja, genau, das stimmt auch. Das ist so. Ja. Nein, auf jeden Fall verbringt so lange Zeit mit euren Eltern und euren Geschwistern wie möglich. Sowieso auch danach, also ich bin jetzt auch noch regelmäßig bei Mama und Mirelle, er ist noch bei seiner Familie, manchmal sind wir bei seiner Familie, manchmal zusammen bei meiner und so. Das werden wir auch immer weiterhin machen. Es ist echt richtig schön, also macht Spaß und ja, hast du noch was zu sagen? Nö, passt auf euch auf. Genau, ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich glaube, ich schneide es auch gar nicht so wild. Ich mache einfach... Zack, zack, zack. Zack und zack, ne? Ihr Lieben, tschüss, bis dann.